Am Sonntag Am 5. Mai Am 5. Mai Ein Samts, ein Samts, ein Samts, ein freches kleines Bams Am Samts, da kam's, das Samts, das freche kleine Samts Ein Samts, ein Samts, ein Samts Und mit viel Tantanz am Samts, da kam's, das Samts, das freche kleine Bams Und mitten auf der Straße sieht's jetzt unsere Spasse Macht es allen Leuten ne lange Nase Ein Samts, ein Samts, ein Samts, ein freches kleines Samts Am Samts, da kam's, das Samts, das freche kleine Samts Ein Samts, ein Samts, ein Samts Und mit viel Tantanz am Samts, da kam's, das Samts, das freche kleine Bams Sonnenschein Ausgezeichnet Sonntags Sonne Endlich mal wieder eine Woche, die richtig anfängt Hoffentlich kommt morgen mein Schulfreund Mohn Er hat's mir fest versprochen Hallo Taschenbier, alter Junge Ich freu mich, dass du kommst, Mohn Sag bloß, du hast dir einen Vogel zugelegt Sag doch mal, guten Tag Guten Tag Nicht du, Herkules Eigentlich sollte er Herkules heißen Aber er spricht seinen Namen immer so komisch aus Guten Tag, Herkules Guten Tag, Herkules Guten Tag, Herkules Unglaublich, unglaublich Wo ich geblügelndes mag Nicht mal gebraten Heute hab ich Dienst Da kann eigentlich fast nichts passieren Und morgen ist Mittwoch Ist immer richtig, Mitte der Woche Aber übermorgen Am Donnerstag Ich werde es jedenfalls versuchen Ach, Frau Rothkuhl Wären Sie so freundlich, mir einen großen Kochlöffel Und das Nudelholz zu leihen Warum? Wollen Sie backen? Das werden Sie bald erfahren Eine Überraschung Eine Überraschung? Herr Taschenbier Sind Sie total verrückt geworden? Was soll denn das Gedonnere? Soll das vielleicht Ihre Überraschung sein? Hören Sie aufblicklich auf zu donnern Sie, Sie Was? Was haben Sie gesagt? Haben Sie donnern gesagt, Frau Rothkuhl? Jawohl Sie machen ja mehr Donner als zwei Gewitter Sie müssen völlig übergeschnappt sein Mehr Donner Mehr Donner Ach, Sie sind ein Schatz, Frau Rothkuhl Ein Schatz sind Sie Ich verbitte mir das Donner, Donner, Donner Donner, Donner, Donner Es hat gedonnert an einem Donnerstag Herr Taschenbier Ich glaube, Sie sind ein wenig überarbeitet Ihre Nerven sind ein bisschen überreizt Sie legen sich mal ganz früh ins Bett, ja? Und morgen am Freitag Gehen Sie mal nicht zur Arbeit, ja? Ich werde Ihren Chef anrufen Und ihm sagen, dass Sie krank sind Und unbedingt frei haben müssen Freitags frei? Freitags frei Am Donnerstag, da dondre ich Am Freitag mach ich frei Dann kommt vielleicht das Am Samstag hier vorbei Herr Taschenbier, ich glaube Sie sind wirklich sehr, sehr krank Wo ist denn das blöde Ding? Meinst du mich? Das Samts Mein Samts ist wieder da Aber wo steckst du denn? Na hier bin ich doch, Papa Wem reden Sie eigentlich so laut, Herr Taschenbier? Soll das vielleicht wieder eine Überraschung Sie hatte aber einen schrecklichen Schreck Die Frau Blaukraut Ich freue mich ja so Aber Ein Stroh, dummer Wecker Der kitzelt Soll das heißen, du hast den Wecker aufgefressen? Aber nur so aus Langeweile, Papa Hauptsache du bist da Jetzt werden wir erst mal Wiedersehen feiern Ich habe eine ganze Kiste Äpfel gekauft Ja und ich Ich habe ein Gedicht Ganz frisch gedichtet Wo hast du eigentlich deinen Taucheranzug gelassen? Der? Der hat gar nicht gut geschmeckt Ich glaube, da war Kunststoff in dem Gummi Dann werde ich dir gleich einen neuen wünschen Stopp, Stopp, Papa, Stopp Ich habe diesmal gar nicht viel Wunschpunkte im Gesicht Aber du siehst doch ein Dass ich auf jeden Fall meinen Wecker wieder brauche Also ich wünsche, dass mein Wecker wieder zum Vorschein kommt Und nun die Tischdecke? Nein, lass mich Ich wünsche, dass die Tischdecke wieder hübsch auf dem Tisch liegt Aber wir haben doch noch die Wunschmaschine Und jetzt wünsche ich, dass ich gewaschen werde Ich wünsche, dass ich warm gewaschen werde Und ich wünsche, abgetrocknet zu werden Ich wünsche Zähneputzen Dann wünsche ich, dass ich bereits angezogen bin Nein, nicht den grünen Anzug Sehr gut Toll, was sagst du dazu, Sams? Hast du mitgezählt, wie viele Punkte du mir bereits weggewünscht hast? Vielleicht solltest du ein paar übrig lassen für wichtigere Wünsche Du hast recht Höchste Zeit, dass wir die Wunschmaschine in Gang setzen Ich wünsche, dass wir im Speicher stehen Und dahin hätten wir doch auch zu Fuß gehen können Wer ist denn da oben? Wer treibt sich denn da rum? Können Sie mir vielleicht erklären, was Sie hier oben suchen? Eine Maschine Wer sind Sie denn überhaupt? Ich? Ich bin Herr Lürcher Herr Lürcher Erklären Sie mir endlich, was Sie hier in meinem Haus wollen Sonst hole ich die Polizei Ach so, Frau Rothkohl hat geheiratet Rothkohl gratuliere Der Dicke trinkt wie Biere So, Hilfe So, Hilfe 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 Was machen wir denn nur? Nun, wir klettern einfach zum Fenster raus Vorsicht, Sams Du brichst dir noch den Rüssel Rüssel, Schlüssel, Schüssel Aber was ist denn das? Da unten fährt ja eine Straßenbahn Wir sind gar nicht in Frau Rothkohls Haus Wir sind in einem Speicher Wie du es dir gewünscht hast Du musst viel, viel genauer wünschen, Papa Um Himmels Willen Ich höre schon jemand die Treppe heraufkommen Da hilft nur eins Ich wünsche, dass wir sofort auf dem Dachboden von Frau Rothkohl neben der Wunschmaschine stehen Hände hoch Hände hoch Vorsicht, meine Herren Es sind merkwürdige Typen Ganz sonderbare Der eine will mich mit einem Rotkohl verheiraten Niemand Wieso ist da niemand? Ja, wieso ist da niemand? Es macht Ihnen wohl Spaß, zwei Polizisten fünf Treppen hoch zu jagen Drei Treppen, bitte sehr Auch noch frech werden, wie? Wenn Sie nochmal versuchen, einen Beamten zu verulken Dann wird das sehr teuer für Sie Aber ich schwöre Ihnen Sehr teuer wird das Das war knapp, was? Na, dann werde ich die Maschine mal in Gang bringen Moment, halt, stopp, Papa Ich muss dir erst alles erklären, damit du nichts verkehrt machst Was hast du vor? Ist doch klar Ich wünsche mir einen Hebel zum Einschalten der Wunschmaschine Prima Aber ich finde es blöd, dass ich zum Wünschen immer auf den Speicher rennen muss Ich wünsche mir, dass die Maschine unten im Wohnzimmer steht Vier Ich habe nur noch vier Wunschpunkte im Gesicht Ich wünsche uns in meine Wohnung unten Drei Wie die aussieht, wie gittigittigitt Ich wünsche, dass sofort Spinnen und Schmutz aus dem Zimmer verschwinden Und die Maschine glänzt und strahlt Zwei Oh je, jetzt muss ich wirklich aufpassen Viel toller als vorher Was soll die Lämpchen bedeuten? Das ist das Zeichen, dass die Maschine startbereit ist Du musst den Hebel auf einstellen und deinen Wunsch dort oben in den Trichter reinsprechen Hebel auf ein Und jetzt in den Trichter Ich wünsche mir Ich wünsche mir Ja, was wünsche ich mir eigentlich? Ich wünsche mir ganz viel Geld hier in dieses Zimmer Bist du nun zufrieden, Papa? Ich wusste gar nicht, dass Pfennige so schwer sind Ich kann gar nicht aufstehen Drück doch bitte mal den Wunschhebel für mich, Sams Hast du dir den Wunsch auch genau überlegt? Aber ja, ich wünsche mir, dass alles Geld sofort aus diesem Zimmer verschwindet So, bevor ich's vergesse, kommst du erst dran Ich wünsche, dass mein Sams einen wunderschönen, neuen, passenden, schwarz-gelben Taucheranzug anhat Hurra, 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 mein neuer Anzug, der ist da Und nun wünsche ich mir, dass in meiner Brieftasche ein ganz dickes Bündel verschiedener, gültiger deutscher Geldscheine steckt Was ist denn nun schon wieder? Die Maschine ist überarbeitet Mehr als drei Wünsche in so kurzer Zeit schafft auch die beste Wunschmaschine nicht Wir müssen warten, bis sie sich erholt hat Dann gehen wir inzwischen essen Ganz groß Ach, hab ich einen Hunger, Papa Ich hab mir gedacht, weil du wieder da bist Und weil die Wunschmaschine so toll funktioniert Wollen wir mal ganz vornehm essen Was wollen wir uns eine ganz vornehmen? Oh ja Pass auf Ein paar goldene Regeln für gutes Benehmen Man spricht nicht mit vollem Mund Man isst mit Messer und Gabel nicht mit Händen oder Füßen Und man isst leise Wie schrecklich Können Sie die Rebhühnerstadt in Trüffern auch in Weißkohl anrichten lassen? Selbstverständlich, Mr. Patschibik Aber nur, wenn der Weißkohl ganz, ganz frisch ist Selbstredend Er wird gerade gesäht Und dazu einen trockenen Apfelwein von 1880 Sehr wohl, Mr. Patschibik Ich denke, Wein ist nass, Papa Psst Benimm dich So vornehm, wie es geht Geht nicht sehr Was ist das denn? Seit wann ist hier die Kantine vom Zoo? Kellner, bringen Sie dem grünen Affen eine Banane und setzen Sie ihn damit vor die Tür Sehr wohl, ich will es versuchen Bananen mag ich nicht Psst Wir hätten gern die Speisekarte Wir möchten ein großes, feines Essen Oh ja, Papa, fein Geht, geht, geht Bitte sehr, die Speisekarte Aber mein Herr Schöne Speise, diese Karte Schmeckt gut, Papa Echt Leder mit Pergamentpapier Fehlt nur noch ein bisschen Ketchup Was machst du denn da? Oh je, jetzt habe ich einen Fehler gemacht Ich weiß, mit vollem Mund darf man nicht reden Ach was, voller Mund Schreise In dieses Lokal kann man auch nicht mehr gehen Was ist denn falsch, die Pinguin? Ach ja, ich habe die Karte mit der Hand gespeist Ich hätte Messer und Gabel nehmen sollen Das fehlte gerade noch Ober, jetzt werfen Sie die beiden Typen doch endlich raus und kümmern Sie sich um unser Menü Komm Sams, wir gehen lieber freiwillig, bevor man uns hinaus wirft Man mag uns nicht besonders hier Schönen guten Abend Ich wollte gerade dicht machen, es hat nicht mehr viel los heute Abend Wenn Sie dir Wurst wollen, werfe ich Ihnen eine über den Grill Aber da liegen doch schon welche Ach, die sind doch schon ein bisschen trocken und angekohlt Die kann man nicht mal mehr einem Hund anbieten Die sind genau richtig, davon nehmen wir zwei Wirklich? Wirklich? Ja, wirklich Und nun hätte ich gern über die beiden Würste eine Portion Ketchup Eine Portion Mayonnaise Und eine Portion Senf Und über das Ganze etwas Curry, bitte Papa, da wird sogar mir schlecht Und nun Sams, muss ich leider einen der beiden Punkte verbrauchen, die du noch im Gesicht hast Aber Papa, meinst du nicht, dass... Erinnerst du dich noch an den weiß gekleideten Herrn im Lokal eben? Ja, Papa Ich wünsche mir, dass alle Gerichte, die er heute mit seiner schönen Dame bestellt hat und bestellen wird Und das drüben im Lokal Das ist fein, Papa, fein ist das Das hat aber eine Ewigkeit gedauert Nun, unsere bekannten Spezialitäten dauern eben etwas in der Zubereitung Aber Sie werden sehen, das Warten hat sich gelungen Und nun habe ich zu viel versprochen Was ist das? Ich weiß es nicht Was wagt man uns hier vorzusetzen? Verzeihung, Monsieur Paar Und das wollte man mir vorsetzen Das werden Sie doch bereuen Sie werden von mir hören Zwei himmlische Hühnchen Rebhühnchen Rebhühnchen Köstlich was Weißt du, was ich mir wünsche, Sams? Noch eine Sahnetorte oder Kartoffellimonade oder... Nein, nein, nichts zum Essen oder Trinken Was ganz anderes Es hat was mit dir zu tun Vielleicht erinnerst du mich dran, wenn wir wieder an der Wunschmaschine sind Heute wünsche ich mir als erstes, dass ich diese Woche nicht mehr ins Büro muss Herr Taschenbier, Ihr Chef hat gerade angerufen Sie sollen sich ruhig noch ein paar Tage erholen Sie brauchen nicht ins Büro zu kommen Dankeschön, Frau Rothkuhl Aufein, da können wir ja prima Indianer spielen Na alter Junge, staunst du? Ja, du staunst Du bist wirklich ein echter Freund Der echte Freund meines weißen Bruders sei mir willkommen Und sein gefiederter Geier ebenfalls Ich werde mit Ihnen die Friedenspfeife rauchen Untersteh dich, Herrn Kuhles, das Rauchen beizubringen Er hat sowieso schon eine ziemlich heisere Stimme Wer ist das überhaupt? Das Sams, ein Freund von mir Vielleicht kann mir dieser Geier ein paar Schwanzfedern für meinen Häuptlingsschmuck abgeben Hände weg von Herrn Kuhles Im Übrigen ist er kein Geier, sondern ein Papagei Ach, ein Papageier Wo hat er denn seine Mama Geierin? Lass uns hineingehen, Mon Dann müssen wir auch die albernen Papageiereien vom Sams nicht mit anhören Fröhliche Zeit im Wigwam, weiße Brüder Eines Tages liegt die Mama Geier Ihren Papagei Ein Papageien-Ei Was steht denn da plötzlich für eine Maschine? Die da, du meinst? Na was denn sonst? Das ist eine Wunschmaschine Hast du irgendeinen Wunsch? Nein, ich habe alles, was ich brauche Doch es wäre schön, wenn Herr Kuhles ein bisschen besser reden könnte Pass auf, ich stelle jetzt diesen Hebel auf ein Und du musst nur noch deinen Wunsch hier in den Trichter sprechen Ich, also, ich wünsche, dass Herr Kuhles redet Nicht so schnell, du musst sehr genau wünschen Hab ich das? Nein, das hat... Geht, solange ich dein Vater bin, bekommst du keine Angst Ihnen geschieht nichts Neues hier, sondern sie sich doch nicht ständig ab und zu Braucht man mal grasig am Neckar, mal grasig am Rhein zu Er redet, er redet, er redet Kurze Zeit drauf kannst du Gift nehmen, sie noch ein Stückchen Wegeslinge mit mir mit Er redet wie ein Buch Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts kommt nichts genaues, weiß man nicht Jetzt könnte er ja langsam aufhören Ja, das könnte er Das kommt davon Du hast gewünscht, dass er redet und nun redet er Müll Was kann man denn nur machen? Nichts, nur zuhören Da muss man ja was tun Ich wünsche, dass Herr Kuhles nicht mehr redet Jetzt redet er überhaupt nicht mehr Nicht mal guten Tag und Herr Kuhles Ich wünsche, dass Herr Kuhles reden kann wie ich Nicht immer so hastig Hab ich eigentlich Durst vom Feenreden? Ja, das hab ich Man reiche mir gefälligst etwas Wasser, aber schnell Er redet wie ich Komm heraus, Herr Kuhles, gleich gibt's Wasser Gehen wir in die Küche? Natürlich, das tun wir Fremde Tiere in meiner Küche und dazu noch Geflügel Das ist die Höhe Mein Name ist Herr Kuhles, mit wem habe ich die Ehre? Wie? Ich heiße Rotkohl, ganz meinerseits Dürfte ich bitte etwas Wasser trinken, gnädigste? Aber bitte Danke sehr Nein, ist der süß Würden Sie jetzt mal das Fenster öffnen, gnädigste? Ja, natürlich Moment, verehrteste Vorsicht, muss man sich ein wenig die Beine vertreten und die Flügel verflüchtigen, wenn man den ganzen Vormittag im Käfig gesessen hat? Ja, das muss man Herr Kuhles, du fliegst sofort zurück Ich bin schuld, ich hätte das Fenster nicht aufmachen sollen, aber er war so süß Wir müssen ihn suchen Ich helfe Ihnen, aber selbstverständlich Nun, macht ihr einen Wettlauf? Herr Kuhles ist entflogen, wir müssen ihn fangen Aber Papa, wozu hast du denn eine Wunschmaschine? Richtig Stimm sitzen bleiben, ganz still, ich tu dir nichts Du bist doch bestimmt irgendwo ausgerissen Das gibt Finderlohn Würden Sie mir bitte erklären, wie Sie dazu kommen, mich zu duzen? Oder kennen wir uns etwa schon? Nein, das tun wir nicht Mein Name ist übrigens Herr Kuhles Lürcher, aber wieso können Sie reden? Wieso nicht? Sie reden doch auch Wer ist dein, äh, ihr Besitzer? Ich höre immer Besitzer Wenn Sie den Herrn meinen, bei dem ich wohne, das ist Herr Mohn Und wie sind Sie hergekommen? Wie? Nun, erst bin ich einen kurzen geraden Sturzflug mit abschließender Rechtskurve geflogen Den ich in eine doppelt gedrehte Aufwärtsschraube mit gespreizter Flügelschere übergehen ließ Darauf erfolgte ein schneller Dreifachflatter mit angezogenen Beinen Dann eine Gleitkurve mit leichter Linksneigung Das will ich alles gar nicht wissen Ich will wissen, wo dieser Herr sowieso ist, bei dem Sie wohnen Das eben will ich doch auch wissen Denken Sie, ich fliege zu meinen Vergnügen hier herein Ich finde einfach das Fenster nicht mehr, von dem ich gestartet bin Nein, das finde ich nicht Dann müssen wir schnell herausfinden, wo dieser Herr wohnt Normalerweise würde ich ja zur Polizei gehen Aber die sind ja nicht gut auf mich zu sprechen Nachdem dieser grüne Typ plötzlich verschwunden war Ein schrecklicher Kerl Sie kennen ihn? Den kleinen Grünen Und ob, er hat mich als Geier bezeichnet Und wollte meine Schwanzfedern ausreißen Ist das nicht eine Unverschämtheit? Und was für eine Wunderbar erkennt ihn Jetzt habe ich einen Zeugen Jetzt kann ich der Polizei beweisen, dass ich nicht gelogen habe Jetzt müssen Sie sich bei mir entschuldigen Einen Augenblick Ich bin gleich wieder da, mit der Polizei Hatte ich je mit der Polizei zu tun Nie hatte ich das Wollen Sie sich nicht auf den Tisch hier setzen? Das ist doch viel bequemer Wie Sie meinen Aber was soll das? Welch eine Finsternis Sicher ist sicher Also los Papa Ich wünsche, dass Herkules wieder in seinem Käfig sitzt Das ging aber schnell Ich habe einen Zeugen Was sagen Sie nun? Er wird Ihnen bestätigen, dass es den Kerl gibt Ach, da sind Sie wieder Und? Haben Sie den Zeugen mitgebracht? Nein, er sitzt in meinem Musikzimmer unter der Tuba Interessant, interessant Der Zeuge sitzt also unter einer Tuba Ich will Ihnen mal was sagen Wenn Sie nicht auf der Stelle mit Ihren dummen Witzen aufhören Aber nein, nein Mein Zeuge ist doch ein Papagei Und dieser Papagei soll bestätigen Dass gestern ein Typ oben auf ihrem Dachboden eine Maschine gesucht hat Tö Ich gebe Ihnen fünf Sekunden Zeit Wenn Sie dann nicht verschwunden sind Dann zeigen wir Sie an Wegen Beamtenverulkung Fortgesetzter Eins Na bitte Zwei Wenn Ihnen nichts an der Wahrheit liegt Zwei Sie werden Augen machen Vier Wenn ich mit Herrn Kules wiederkomme Fünf Ich muss mit einer Hand die Tuba heben Mit der anderen vorsichtig drunter fahren Und den Vogel am Schwanz packen Nanu Nanu Das ist doch zum in die Luft fahren Zum Zahnausreißen Es ist aussichtslos Lassen Sie den Kopf nicht hängen Geben Sie lieber eine Zeitungsannonce auf Habe ich Ihnen schon mal gesagt Dass Sie eine nette und äußerst hilfsbereite Frau sind Da ist ja der Vogel Und der Geier Da ist ja mein Kuli Wer denn sonst Etwa die Königin von Frankreich Höchste Zeit, dass wir nach Hause gehen, Herr Mohr Ich bin mir gar nicht so sicher Ob es gut ist, dass er richtig reden kann Gar nicht Besuch mich mal wieder Es muss ja nicht nur Montag sein Dann fände ich es schön Wenn Sie auch bei mir mal reinschauen würden Auf ein Tässchen Kaffee Aber mit Vergnügen Aber Frau Rotkraut Ich habe es Heute machen wir einen Ausflug Ich wünsche mir ein schönes rotes Auto Und dass dieses Auto draußen vor dem Haus steht Es geht draußen Machen wir jetzt die Spazierfahrt? Dazu brauche ich erstmal einen Führerschein Führerschein Ich wünsche, dass hier auf diesem Tisch ein Führerschein liegt Der gültig auf meinen Namen ausgestellt ist Jetzt fahren wir los, ja? Ich glaube, es geht immer noch nicht Ich kann nämlich nicht Autofahren Entschuldigen Sie, wenn ich störe Aber hier sind zwei Polizisten Die fragen, wer vor dem Haus ein rotes Auto abgestellt hat Ein rotes Auto? Draußen vor dem Haus? Das ist meins Ihres? Was haben Sie sich eigentlich dabei gedacht? Darf man denn sein Auto nicht vor dem Haus abstellen? Vor dem Haus schon Aber doch am Straßenrand Und nicht direkt vor der Haustür Auf dem Gehsteig Sie fahren das Auto sofort da weg Sofort da weg Sofort Es kann losgehen, Papa Wie denn? Ich habe nicht die geringste Ahnung Herr Mohn hat an diesem Schlüssel gedreht Das ist aber ein lautes Auto Nimm doch mal den Fuß von diesem Hebel So, und jetzt leg einen Gang ein Diesen Hebel nach vorne schieben Wer, was, wie, wo? Es fährt Es fährt Was sagst du? Ich kann doch Autofahren Aber, aber ich glaube, es ist besser Wenn du vom Gehsteig runterfährst Und wie fährt man schneller? Ich glaube, wenn du den Hebel hier hinschiebst Und auf dieses Pedal da drückst Hoch, hoch, haaah Ah, mein Freund Wo sind Papa? Wo sind die Prenzeln? Prenzeln! Wo, wo denn? Wo denn Prenzeln? Uhhh Uhhh Bist du verletzt? Nein Bist du verletzt? Auch nicht. Da haben wir aber ganz, ganz viel Glück gehabt Das kann man wohl sagen Wo sind wir hier eigentlich? Was war denn das für ein Lärm? Wer ist denn da drinnen? Oh, den dicken, den kennen wir doch Das sind ja, sind ja schon wieder die beiden Na, was ist denn mit meinem Musikzimmer passiert? Wo ist denn bloß meine Tuba? Schnell weg hier, sonst bekommen wir Ärger Aber man kann doch nicht einfach so... Da hilft nur die Maschine Halt! Stehenbleiben! Ich hole die Polizei! Halt, ihr Strolche! Ich wünsche, dass mein Auto wieder verschwindet Und dass im Musikzimmer von Herrn Lürcher Alles so ist, wie es war, bevor ich mit dem Auto hineingefahren bin Die Kerle waren wieder da Sie müssen mitkommen Ich nehme an, Sie sprechen wieder mal von den geheimnisvollen Unbekannten Von eben denen Und wieso sollen wir mitkommen? Die haben ihr Auto in meinem Musikzimmer geparkt So, so, bei Ihnen im Musikzimmer steht Ihr Auto Jawohl Und die beiden sind geflohen Jetzt kann man anhand der Autonummer feststellen Wem das Auto gehört und die beiden verhaften Kommen Sie mit Ich glaube, es ist besser, Sie bringe das Auto rasch vorbei Dann können wir hier die Nummer ablesen Hier ist nämlich das Licht besser Sie glauben mir wohl nicht, wie? Ganz recht Wir haben nämlich den starken Verdacht Dass Sie sich über uns lustig machen wollen Und wenn Sie nicht ganz schnell verschwinden Verhaften wir nicht Ihre Unbekannten? Sondern Sie Das ist unsere Polizei Fremde Leute in Gummianzügen suchen Maschinen auf meinem Dachboden Sprechende Papageien verschwinden aus Musikinstrumenten Autos parken in Musikzimmern Aber die Herren Polizisten kümmert das nicht Ich glaube, ich werde verrückt Immer wenn ich mir etwas hergewünscht habe, gab es Pannen Ich glaube, ich sollte uns mal irgendwo hinwünschen Zum Beispiel auf eine einsame Insel Oh, fein Aber wie willst du uns wieder zurückwünschen ohne Wunschmaschine? Wunschmaschinen sollen doch möglichst wenig bewegt werden Die muss also hier bleiben Ach so Ja, du musst allein auf deine einsame Insel, Papa Ich bleibe dann hier bei der Maschine und wünsche dich wieder zurück Vielleicht nach einer Stunde Na, lieber schon nach fünf Minuten Wenn es dort schön ist, kann ich dich ja gleich wieder hinwünschen Auch recht Und wir können uns sogar abwechseln Ich wünsche, dass ich jetzt gleich auf einer einsamen Insel stehe Ich wünsche Papa Taschenbier sofort in dieses Zimmer hier Die dämliche Maschine Die Insel muss ganz nah beim Nordpol gewesen sein Diese Kälte hätte ich keine Minute länger mehr ausgehalten Was soll die Maschine auch tun, wenn du nur einsame Insel sagst? Kannst du es nicht genauer erklären? Ich wünsche mir, dass ich jetzt gleich auf einer warmen, einsamen Insel stehe Ich wünsche, dass Herr Taschenbier im Zimmer steht hier neben mir Rüchte Zeit Fünf Minuten später wäre ich nur noch als Grillwürstchen zurückgekommen So ein Mist Warum erzählst du nicht der Wunschmaschine, wie du dir eigentlich deine Trauminsel vorstellst? Die Sonne soll scheinen Es soll Palmen geben und klare Quellen Und das Meer drumherum soll blau und sauber sein Eine richtige Südseeinsel Dort wünsche ich mich und dich hin Vorsicht Papa, der Hebe ist Tja, jetzt müssen wir hierbleiben Für immer Kokosnüsse und Ananas essen Fische fangen Quellwasser trinken Im Urlaub finde ich das ja ganz schön Aber den Rest meiner Tage wollte ich eigentlich nicht hier verbringen Papa Schau doch mal mein Gesicht ganz genau an Dein Ge... Ach, was bin ich für ein Esel Ich habe ja ganz vergessen, dass du noch einen blauen Punkt hast Also können wir ja jederzeit zurück Aber erstmal wollen wir unsere Ferien hier richtig genießen Oh ja Das schmeckt Das schmeckt unwahrscheinlich Guten Morgen Ich hatte heute in der Stadt zu tun Da dachte ich, soll ich nicht mal bei Freund Taschenbier vorbeischauen Doch das sollte ich Da wird er sich aber freuen, wenn er so schöne Blumen bekommt Die sind also Eigentlich sind die ja für sie gedacht Sind sie nicht schön? Doch, das sind sie So eine Überraschung Ich weiß nicht, ob Herr Taschenbier schon wach ist Er war ja etwas kränklich Vielleicht sollte man ihn noch ein bisschen schlafen lassen Wir könnten inzwischen ein Tässchen Kaffee zusammen trinken Sage ich da nein, aber mitnichten, Frau Rotkohl Mitnichten Bin ich? Ja Bin ich? Ja Bin ich? Nein, daneben Ich werde trotzdem gewinnen Ich werde trotzdem gewinnen Guck mal, Papa Ich denke, das ist eine einsame Insel Lass uns weiterspielen, Samson Wir tun so, als würden wir sie gar nicht sehen Bin ich? Ja Bin ich? Ja Bin ich? Ja Bin ich? Nein, bist du nicht? Und nun leise, meine Herrschaften, leise Diese Wilden sind äußerst scheu Fotografieren Sie Fotografieren Sie Die vermutlich letzten Eingeborenen der Südsee Exklusiv für unser Eisebüro Bin ich? Ja Bin ich? Fotografieren Sie Ihren Kriegstab Nee, bin ich? Ja Bin ich? Ja Bin ich? Und nun, meine Damen und Herren Wartet an diesem unberührten Südseestrand Ein einzigartiges Mittagessen auf uns Bin ich? Bin ich? Ich darf Sie bitten, sich im Schatten dieser Palme niederzulassen Und den einzigartigen Blick zu genießen Bin ich? Genießen Sie ihn Bin ich? Bin ich? Und nun zum Lunchpacket Bin ich? Bin ich? Bin ich? Sie können jetzt die mitgebrachten Essensportionen In den praktischen Vakuumpackungen aufreißen Ziehen Sie am Pfeil nach rechts Und nun, guten Appetit Die halten uns für Indianer Insulaner Du, du sieh mal, Papa Das sind aber Ferkel Ich muss mal schnell zum Wasser, Papa 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 War der Kaffee nicht ausgezeichnet, er war es. Vielen Dank für die drei Tassen, verehrte Frau Rotkohl. Aber nicht der Rede wert, Herr Mohn. Doch, 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 doch. Jetzt müssen wir Herrn Taschenbier aber wecken. So geht's ja auch nicht. Nichts zu hören. Hallo, Taschenbier. Niemand. Ich habe Sie gar nicht aus dem Zimmer gehen hören. Ich werde hier warten, bis mein Freund zurückkommt. Nochmals, vielen Dank. Ich danke für die reizende Gesellschaft. Sams, Sams, jetzt wird's brenzlig. Schill weg hier, Papa. Die beiden sind bestimmt in Gefahr. Sie kommen von irgendwo nicht mehr zurück. Am besten wünsche ich die beiden vor die Haustür. Ich wünsche, dass mein Freund Taschenbier und sein Sams draußen vor der Haustür stehen. Also, ich wünsche, dass wir beide zu Hause in meinem Zimmer stehen. Nanu, ich habe euch doch vor die Haustür ge... Wieso stehen wir hier vor der Haustür? Ich habe uns doch ins Zimmer ge... Wünscht. Was ist denn los? Wieso sind wir schon... Das blaue Licht. Festhalten sonst. Was meinst du? Was sollen wir? Festhalten? Uns. Mohn muss uns festhalten. Ich? Was? Beim nächsten Mal halten wir uns ganz fest an Mohn fest. Schnell die Maschine aus. Jetzt ist die Maschine nicht mehr zu retten. Hoffentlich geht es mir nicht genauso. Warum denn? Was ist denn nur los? Zwei Wünsche gleichzeitig. Jetzt kämpfen die Wünsche gegeneinander an. Soll ich dir irgendeine Medizin besorgen? Nein. Ein kaltes Tuch auf die Stirn. Mir ist so heiß. Die Maschine wird auch ganz heiß. Aua! Aua! Ist das heiß? Es ist heiß. Jawohl. Oh! Zickfix! Aua! Gewonnen! Es schläft. Und die Maschine? Ist sie hin? Sie ist hin. Nicht so laut. Kannst du eigentlich verstehen, was vorgefallen ist? Das Sams hat von zwei Wünschen geredet. Aber ich habe doch nur einen Wunsch ausgesprochen. Ach, du auch? Ich habe euch beide vor die Haustür gewünscht. Kein Wunder, dass es eine Katastrophe gegeben hat. Erlaube mal. Kann ich wissen, dass du auch ohne Wunschmaschine wünschen kannst? Nein, das kann ich nicht. Wieso gehst du einfach an meine Maschine? Was hast du überhaupt in meinem Zimmer zu suchen? Wenn du nicht willst, dass ich dich besuche, dann kann ich es ja auch bleiben lassen. Ja, das kann ich. Aber Mohn, so war es ja gar nicht gemeint. Papa, ich habe Hunger. Ach, bin ich froh. Mahlzeit. Hauptsache, du wirst wieder gesund. Wie geht es denn der Wunschmaschine? Ich glaube, sie ist kaputt. Wenn sie mir wenigstens noch einen Wunsch erfüllen könnte. Welchen denn? Willst du wieder Geld haben? Nein, nein, etwas ganz anderes. Hängt mit dir zusammen. Aber nun hat ja alles keinen Zweck mehr. Vielleicht, vielleicht muss man sie nur essigen. Essigen? Du meinst nicht zufällig Öl. Das kann auch nicht schaden. Also, ich brauche Essig, Öl und zwei Gurken. Mit Gurken, mit Gurken, da lässt sich besser mucken. Mit Gurksen, mit Gurksen, da kann ich besser mucksen. Stell dir vor, die Rotkohl hat mir sofort und ohne zu schimpfen alles gegeben. Die Rotkohl ist zu rund so nett, weil sie den Mohn so gerne hätte. So, jetzt gieß mal in den rechten Stutzen Öl ein. Gut, gut, gut. Und jetzt links viel Essig. Gut. Gut. Oh, jetzt habe ich ihn in die Nase gekriegt. So, und jetzt drück den Hebel runter. Du meinst? Ja, doch schnell. Wünsch dir was. Schnell. Nur so zum Testen. Ich wünsche, dass wir jetzt sofort eine tolle Portion Schokoladeneis ins Zimmer bekommen. Herr Toschenbeer! Herr Toschenbeer! Sehen Sie sich das an! Sehen Sie sich das an! Das kann doch nur dieser grüne Gartenzwerg gewesen sein. Was ist das? Spaghetti. Und das? Spaghetti. Und das? Spaghetti. Mh, fein. Schmeckt klasse. Die mampfe ich alle weg. Und das? Tomatensauce. Lecker, lecker. Und das? Reine Käse. Das ist allerdings schlimm. Ich werde sofort. Es hat bestimmt wenig Zweck, aber versuchen kann ich es ja. Ich wünsche, dass alle Nudeln und alle Tomatensauce und aller Käse aus Schrank und Schubladen und Uhr von Frau Rothkohl verschwinden. Sind die Nudeln weg? Das schon. Aber sehen Sie nur. Mh, gute Äpfel, Papa. Süß. Komm, Sams. Ich glaube, es ist wirklich besser, wenn du nicht mehr so wild in der Gegend herumwünschst. Einen Wunsch muss ich noch wünschen. Ich wünsche, dass das Sams... Nein, das geht nicht. Vielleicht läuft wieder alles falsch. Also gut. Letzter Reparaturversuch. Noch eine Prise Salz. So, Papa, Probewunsch. Ich wünsche, dass die Küche von Frau Rothkohl so aussieht wie vorher. Schauen wir mal nach. Dein Schrank fehlt. Mein Schrank? Ist weg. Ich möchte melden, dass in meiner Badewanne ein fremder Schrank steht. Wieso wollen Sie das melden? Ja, wieso eigentlich? Weil er mir nicht und schon gar nicht dahin gehört. Ei, wer hat ihn denn dahin gestellt? War das nicht zufällig ein kleiner Grüner im Gummianzug? Nein, ich weiß nicht. Vielleicht. Ob wir nicht eine kleine grüne Gummizelle für den Herrn hier frei haben? Vielleicht darf es auch eine andere Farbe sein. Ach, ich hätte doch nicht mehr wünschen sollen. Aber einmal muss ich es noch probieren. Ich will meinen Schrank wieder haben. Ich wünsche, dass mein Schrank sofort wieder hier ist. Hilfe. 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 Wie kann man verhindern, dass diese dusselige Maschine je wieder benutzt wird? Ach, gib nur her, Papa. Hilfe. Was hat sie nun gebracht, die Wunschmaschine? Kein Geld mehr, kein Auto mehr. Nichts ist übrig. Du hast eben falsch gewünscht, Papa. Wieso? Wie meinst du das? Du hast immer nur Dinge haben wollen. Geld, ein Auto, eine Reise. Warum hast du dir nicht Eigenschaften gewünscht? Die hättest du behalten. Das ist wahr. Wenn ich mir gewünscht hätte, dass ich Auto fahren kann, könnte ich es immer noch. Und mir das Geld für ein Auto zusammensparen. So bin ich zu ängstlich. Du hättest dir auch wünschen können, dass du mutiger bist. Zu spät. Wenn man etwas ganz stark will, Papa, dann kann es auch ohne Wunschmaschine in Erfüllung gehen. Was würdest du dir denn zum Beispiel wünschen, wenn die Wunschmaschine noch ginge? Ich würde wünschen, dass du immer bei mir bleibst. Das hatte ich von Anfang an vor. Und was noch? Dass mein Freund Mon mir nicht mehr böse ist und mich wieder besucht. Siehst du, das ist typisch für dich, Papa. Du wünschst dir immer nur was Schönes. Warum tust du eigentlich nichts? Gott zum Grusel. Übrigens, stellen Sie sich vor, der Apfelbaum ist weg. Der Apfelbaum in meiner Küche. Seit gestern spurlos verschwunden. Ein Glück, dass ich schon Apfelstrudel gebacken hatte. Und Herr Kuhles spricht nicht mehr. Auch seit gestern. Tag, Herr Kuhles. Das kann er wenigstens noch, der alte Geier. Ob das wohl reicht? Es reicht. Du, Sams, ich wollte dir noch was sagen. Ich bin sehr froh, dass ich zu Mon gegangen bin und ihm gesagt habe, dass es mir leid tut, wie ich mich benommen habe. Sag mal, Sams, ist heute nicht Samstag? Ja, den ganzen Tag. Mhm. Musst du nicht weg? Eigentlich verschwinden Samstag am Samstag. Aber ich habe geahnt, was du mit der Wunschmaschine anstellen würdest. Und deswegen habe ich dir heimlich noch etwas aufgehoben. Was denn nur? Mhm. Schau mal hinter meinem linken Ohr nach. Da, da ist ja noch ein blauer Punkt. Ja, Papa, der allerletzte. Jetzt darfst du aber keinen Fehler machen. Keine Angst, bestimmt nicht. Ich wünsche, dass das Sams jetzt immer bei mir bleiben kann. Ich glaube, das klappt, Papa. Du, du, ich riech was. Hat die Rotkohl nicht was von Apfelstrudel gesagt? Guten Tag, Herr Kohles. Guten Tag, Herr Kohles. Guten Tag, Herr Kohles. Guten Tag, Herr Kohles.